Hallo, ich heiße Pierre-Emmanuel Roy, bin 29 Jahre alt und arbeite an der Geowissenschaftlichen Bibliothek auf dem Geocampus in Langwitz. Ich komme ursprünglich aus Kanada, da habe ich auch mein Studium absolviert, zuerst einen Bachelor in Übersetzung und dann zwei Master in Literaturwissenschaft und in Bibliothekswissenschaft und nach meinem Studium Ende 2022 bin ich dann nach Deutschland ausgewandert. Das war eine relativ kurzfristige Entscheidung, aber es ist am Ende alles gut gelaufen und ich habe 2023 eine Stelle hier an der Geowissenschaftlichen Bibliothek gefunden und ich arbeite hier seit Mai 2023 hauptsächlich in der Benutzung und in den Medien-Services. Viele Tätigkeiten machen mir Spaß, aber das, was mir momentan am meisten Spaß macht, ist Coffee Lectures, also kurze Präsentationen zu unterschiedlichen Themen zu konzipieren und durchzuführen. Da kann ich kreativ sein und es macht mir auch sehr viel Spaß, komplexe Sachverhalte verständlich zu erklären. Meine Bibliothek der Zukunft ist zuerst ein dritter Ort, wo Nutzende gerne Zeit verbringen und wo sie sich wohlfühlen. Und in meiner Bibliothek der Zukunft haben sich BibliothekarInnen auch etabliert als die ersten Ansprechpartner für Forschende und Studierende, die bei der Literatursuche, bei dem Zitieren usw. Unterstützung brauchen. Ich habe noch nicht alles gesehen, aber ich würde sagen, mein Lieblingsplatz ist der Auskunftsbereich der Geowissenschaftlichen Bibliothek. Es ist gemütlich, es gibt große Fenster, Kaffee und Tee. Es ist oft sehr lebendig. Es ist also allgemein ein sehr angenehmer Ort. Ich würde sagen, ich erkunde die Welt, in dem ich in Berlin wohne. Ich komme ja aus einem anderen Kontinent, aber ich möchte natürlich mehr von der Welt sehen, noch mehr. Podcast hören, auf jeden Fall. Vorab planen, wenn es geht. Hier ist es nicht geradeーい, mir geht. Es ist gleiche. Vielen Dank.